Berlin, Tag und Nacht, Folge 2902, Mittwoch, 15. März 2023 Toni will ihrer Schwester unterstützend zur Seite stehen, doch dann wird der Fotograf auf Toni aufmerksam. Toni ist unsicher, ob Vanessa nun live und ihr wirklich verziehen hat, dass sie Lives Kündigung vor ihr verschwiegen haben. Doch sie freut sich, dass ihre Schwester jetzt offenbar ganz darin aufgeht, das Gesicht der Party-Reihen-Kampagne im Matrix zu sein. Als Vanessa allerdings dievenhaft den Beginn eines Shootings verzögert, muss Toni unter Druck als Lichtdouble einspringen. Beim Shooting gibt Toni dann der steifen Vanessa feinfühlig Tipps, sodass das Ergebnis doch noch zum Erfolg werden kann. Der Fotograf sieht das jedoch anders und hält plötzlich Toni für das geeignetere Model. Sie stellt sich für Vanessa bescheiden zurück und lehnt den Job ab, was Piet aber nicht mitbekommt. Er macht Toni ohne deren Wissen zum Gesicht der Plakat-Kampagne. Er macht ihn aus, wenn es mir geht. Er macht ihn. Er macht ihn sehr gut. Er macht ihn in den Vorosse. Er macht das Gäuze. Er macht ihn sehr gut. Er macht ihn sehr gut. Er macht ihn sehr gut. Er macht den unten und glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020